Dann kriegen wir hier mal eine Runde. 4 Euro Einsatz. Feuer frei. Los, lass klappern. Los, komm schon. Rufi, komm los, noch eine Runde Freispiele. Geizkrank. So, dann drehen wir mal hier eine Runde. 10 Freispiele. Lass sie was dran hier. So, das wir ziehen noch. Zieht ja überhaupt nicht. Knauserkiste. Einmal nix. So, dann hier mal 7 Freispiele. 2 Euro Einsatz. Feuer frei. Uah, schade. So, dann drehen wir mal hier. So, dann drehen wir mal hier. Was, Verlängerung? Ach. Ein A gibt's noch. Naja. Und heute ist es mal wieder soweit. Eine Runde Multifruits. 100 Euro haben wir. 4 Euro Einsatz. So, los. Irgendwann kriegen wir nicht voll. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und jetzt, wenn wir mal hier machen. So, dann kommen wir mal hier. Und jetzt, wenn wir mal hier. Und jetzt, wenn wir mal hier nicht. Ja. so, wie war das? so, wie war das? ok es ist ja gut das waren einfach mal 100 flocken so schnell kann es Und heute wollen wir mal hier eine Runde drehen. Anulis. Noch ein Euro. Und 20. Los geht's. Na, dann guck mal. rück mal, rück mal so alles hier na, er war kaputt oh, leider lang hoch, guck an nicht schlecht keiner mehr davon, 27 aber es kommt noch so ein Ding boah, echt jetzt? alles wieder schlott das ist nichts zum plättern na, jetzt wird es zu langsam eng hopp tja, toll, ey 19,20€ ach, wollen wir drücken? ach, los, komm, probieren und das war's einfach nix und es wurde sich mal gewünscht und wir spielen's mal los geht's oh, da ist ihm mal und wir werden uns und wir werden uns bespielen junger, junger, junger junger, junger junger, junger junger, junger spielt ihr so was wirklich freiwillig? ich verstehe das nicht Volltreffer, einer fehlt, 44, los komm, 88, na ihr Peer, da machen wir. Guck mal was, einmal die 7, weiter zum nächsten Spiel, so dann gibt es hier mal eine Runde, der 2 Uhr Spielerinsatz. Ach, wo stecken sie denn alle schon wieder hier? Junge, 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 Junge. Das ist ja schon wieder eine Ausbeute hier vom Allerfeinsten. Tja, ein Zehner gibt es noch anstandshalber oben drauf. Wird ein Action-Game, oder? Ja, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Ach, guck rein. Wie klar, dass ein Schokolade ist, das ist ein Brecher. Junge, 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 Junge. So, dann machen wir mal ein Padreion. Dann machen wir mal ein Padreion. Dann machen wir mal ein Blatt. So, dann machen wir mal ein Blatt. Dann machen wir mal ein Blatt. jetzt erraten hier Junge, 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 nicht in ihr Wind, ey, ich fasse es nicht Ist das übel? Tja, das war dann wohl mal wieder nix So, dann schauen wir doch mal, was hier los ist Was die Bücher sagen Oh, die Dame, naja Vier Zweiter Zweiter Ah, hier war der dritte Wohnung, ey Und eine Chance haben wir noch. So dann gibt es mal wieder eine Runde Klon-Monos jawoll und einmal bar muss es nur noch kommen. Das kommen drei Stück reichen uns jawoll sehr schön geil da zieht Judo aus. Jawoll geil. Sauber. 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 Mal schauen, was er für uns übrig hat. Das muss nur noch kommen. Jawohl, das sieht gut aus. Das sollten noch ein paar Action-Games sein. Sittet. Boah, geil. Heftig. 38. Mega. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, das ist der Weg. Oh, die 6 noch mal! Was sind euch geklaut? Kneder 6 mehr! So was kannst du noch mal bringen? Oh, die Nummer 10! Noch mal 30 dazu! Na, dann machen wir einen Kassensturz! Oh, nicht schlecht Herr Specht!